Sollte ich irgendwie dringend mal was dran ändern. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal nach sehr, sehr langer Zeit ein Fashion Haul von mir. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich seit Juli ungefähr keinen mehr gedreht habe, was schändlicherweise nicht so hundertprozentig meinem Kaufverhalten entspricht. Ich habe nämlich doch zwischendurch mal wieder zugeschlagen. Allerdings war das irgendwie nie genug, um einen Fashion Haul zu drehen. Von dem her habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal meine neuesten Errungenschaften, die ich mir so in letzter Zeit oder vielleicht vor einem Monat teilweise auch gekauft habe. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Beginnen wir mal mit einem der aktuelleren Teile. Und dieses Oberteil hier könnte einigen von euch ein wenig bekannt vorkommen. Und zwar habe ich das in meinem Halloween Tutorial getragen. Das ist von New Yorker, ein weißes Oberteil mit Blümchenmuster. Allerdings finde ich die Details des Oberteils so wunderschön. Zum einen nämlich dieser gekreuzte Ausschnitt hier. Und auch, dass das Oberteil solche Glockenärmel hat, finde ich persönlich richtig cool. Es geht zwar vom Stil her eigentlich mehr in Richtung Frühling durch das ganze Blumenwirrwarr. Und auch mein Freund meinte, warum hast du das an? Das ist irgendwie so ein typisches Frühlingsoberteil und passt überhaupt nicht in den Herbst und Winter. Mir persönlich hat es aber total gut gefallen. Und ich trage es auch jetzt schon richtig gerne. Und das heißt ja nicht, dass ich es im Frühling nicht wieder tragen werde. Außerdem habe ich mir bei New Yorker diese süße Bandana hier gekauft. Ich muss gestehen, ich habe sowas noch nie getragen. Fand das aber bei so vielen Leuten immer total süß. Und auch auf Instagram gibt es einfach so viele Fotos, wo die Mädchen damit so niedlich aussehen. Ich war nicht ganz sicher, ob mir sowas steht. Ich weiß es auch bis jetzt noch nicht so hundertprozentig. Aber ich dachte, ich setze es einfach mal auf. Dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie es denn aussieht. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr findet, dass es mir steht oder auch nicht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit den Sachen von H&M weiter. Das sind noch dazu meine neuesten Errungenschaften. Die habe ich mir nämlich gestern erst gekauft. Und zwar sind das zum einen diese Basic Shirts hier. Davon habe ich mir zwei Stück geholt. Eines in so einem hellen Altrosa Ton. Ich finde das total süß, dass die da so kleine Taschen haben. Das hat so ein bisschen einen Used-Look und fällt total locker. Das mag ich persönlich sehr gerne. Ist, glaube ich, aus der normalen H&M Basic-Reihe. Und das gleiche habe ich mir auch nochmal in weiß geholt. Allerdings diesmal sogar eine Nummer größer, weil es erstens meine Größe nicht gab. Wie eigentlich fast immer. Aber ich fand es auch in weiß ein bisschen schöner, wenn das eine Nummer größer ausfällt. Ich hatte ja den direkten Vergleich, wie das eben mit dem rosafarbenen aussieht. Und ich muss sagen, dass ich es in rosa sehr gern hatte, dass es enger anliegt. Aber in weiß hat das irgendwie nochmal ein bisschen was Lässigeres. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, ob es was Gutes hatte, dass es meine Größe nicht gab. Aber so habe ich es halt mal eine Nummer größer probiert und war eigentlich auch sehr zufrieden damit. Ich finde so schlichte weiße Oberteile total schön, wenn man sie mit einer einfachen Jeans kombiniert. Und ich glaube, so typische Basic-Sachen kann man sowieso nie genug haben. Als letzte Sache von H&M habe ich mir dann auch noch diese Bluse hier gekauft. Die ist schlicht dunkelblau, hat goldene Knöpfe und ist auch so ein bisschen durchsichtig. Allerdings habe ich sowieso vor, da immer was drunter zu tragen. Von dem her finde ich das nicht so schlimm. Ist einfach ein bisschen was Schickeres, was man auch abends ganz gut anziehen kann, wenn man vielleicht ins Theater geht oder so und nicht unbedingt ein Kleid tragen will. Und ich persönlich habe nur weiße Blusen und ich finde, die passen dann meistens nirgendwo so gut dazu. Lustigerweise bin ich sogar etwas länger schon auf der Suche nach schönen farbigen Blusen. Habe bisher aber noch nie welche gefunden, die mir wirklich gepasst haben. Bei Blusen habe ich nämlich das Problem, dass mir oft der Schnitt nicht so wirklich gefällt. Aber von der her bin ich sehr, sehr begeistert und ich finde, sie steht mir eigentlich recht gut. Von dem her, ja, konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Jetzt zu etwas, wovon ich mir leider nicht sicher bin, ob man das noch irgendwo kriegen kann. Denn ich glaube, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, war die Saison eigentlich ziemlich vorbei. Aber vielleicht findet ihr es noch auf irgendeinem Wühltisch. Und zwar ist dieser Jumpsuit von Pekum Kloppenburg. Und der hat hier so ein wunderschönes Häkelmuster. Allerdings sind mir die Träger ein bisschen zu lang für meinen kurzen Oberkörper. Da muss ich irgendwie noch gucken, wie ich das hinten besser befestige. Lustige Geschichte. Ich dachte bis vor kurzem, und diesen Jumpsuit habe ich schon seit einem Monat oder fast zwei, dass das ein Oberteil wäre. Weil ich nicht drauf gekommen bin, dass das hier einfach so weite Beine hat. Ich weiß nicht, wie ich das in der Umkleide geschafft habe, aber anscheinend bin ich einfach mit beiden Beinen durch ein Beinloch, nenne ich es jetzt mal, gestiegen. Und habe dabei nicht bemerkt, dass das kein Oberteil ist, sondern ein Jumpsuit. Aber es hat anscheinend sehr gut gepasst. Es fiel mir auch erst so vor einer Woche auf, als ich angefangen habe, Sachen für dieses Video hier zusammen zu suchen, was eigentlich ein bisschen peinlich ist. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das mal anzuziehen, was man auch an dem noch dranhängenden Preisschild erkennen kann. Aber ich freue mich auf den Sommer, weil ich glaube, viel früher kann ich den leider nicht anziehen. Der ist dann doch etwas zu sommerlich. Eventuell im Frühling, farbtechnisch, aber war ein kleiner Fail. Ich gebe es zu. Aber ich finde den trotzdem einfach so, so süß von dem her. Es ist ja nichts verloren. Ich kann ihn ja immer noch anziehen, aber erst in einem halben Jahr. Kommen wir zum nächsten Teil von Pick und Kloppenburg. Und das ist etwas, was ich genau genommen ungefähr in der Art und Weise schon haben möchte, seit ich so vier, fünf Jahre alt war. Klein-Sophie wollte nämlich immer eine prima Ballerina sein und dementsprechend immer ein Tütü-Röckchen haben. Habe ich irgendwie nie wirklich bekommen, außer so einer einfachen Tüllschicht, die mit einem Gummi irgendwie zusammengenäht war von meiner Oma. Ich wollte aber immer so einen richtig ausgeladenen, wuscheligen Tüllrock haben. Und damals natürlich am liebsten in rosa. Dass er heute auch noch rosa sein würde, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Aber da es eine so, so schöne Farbe ist und da ich einfach meinen Kindheitstraum in diesem Rock gesehen habe, musste er einfach mitgenommen werden. Und zwar ist das dieser hier. Er passt gar nicht mehr richtig ins Bild. Es tut mir furchtbar leid, aber das ist... Ich weiß, es können wahrscheinlich einige von euch nichts damit anfangen. Das ist einfach jetzt mein Knall. Aber ich wollte so einen Rock einfach schon immer haben. Auch natürlich, nachdem ich vier, fünf Jahre alt war. Das ist nämlich für mich persönlich so ein typischer Blogger-Rock. Ich weiß auch nicht, ich assoziiere sowas total mit Bloggen und Fotos machen und Modeln und keine Ahnung, irgendwie hat es mich immer gereizt, sowas zu haben. Aber ich habe nie irgendeinen in meiner Größe gefunden oder irgendwas, wo mir der Schnitt gefallen hat. Und das ist einfach so ein, ja, recht ausgeladener Midi-Rock. Und ich finde dieses Alt-Rosa auch sehr, sehr schön. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich ihn kombinieren werde. Ich habe ihn jetzt schon zumindest zu Hause angehabt, weil ich mich eben noch nicht wirklich getraut habe, irgendwas großartig damit zu machen. Entweder im Sommer vielleicht ein Crop-Top dazu oder so ein ganz weites Oberteil. Also vielleicht ziehe ich das Weiße von H&M mal dazu an. Ja, aber mit dem habe ich mir irgendwie so einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. War zwar nicht so billig, aber ich finde, es hat sich trotzdem irgendwie gelohnt. Ich weiß nicht. Also es ist vielleicht jetzt nichts, was man jeden Tag trägt, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich ihn ein paar Mal tragen werde. Vielleicht auch zu irgendwelchen extravaganteren Events mal schauen. Also ich lasse mich einfach überraschen, was mir noch großartig dazu einfällt. Es wird auf jeden Fall keine Verschwendung gewesen sein. Und wie gesagt, ich habe mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Kommen wir zu zwei Sachen von Hollister, die ich beide im Sailor gattert habe. Dementsprechend weiß ich leider auch nicht, ob es die so noch gibt. Ich zeige sie euch aber einfach trotzdem mal. Und zwar ist das zum einen eine Sporthose hier. Und ja, an der ist eigentlich nichts Spannendes dran. Das ist einfach eine schwarze Sporthose, die hier unten so Kreuzdetails hat. Seit dem Sommer habe ich es nämlich endlich geschafft, mich ein paar Mal aufzuraffen, um Sport zu machen. Und ja, neue Sportklamotten motivieren mich irgendwie immer wieder dazu, weiterzumachen und nicht einfach aufzuhören. Von dem her musste ich mir doch irgendwie so eine Mal wieder gönnen, weil ich einfach sonst leider keine Motivation für Sport habe. Sollte ich irgendwie dringend mal was dran ändern. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ihr euch für Sport motiviert, dann lasst es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es einige von mich gibt, die ebenfalls eher weniger Motivation für Sport aufbringen können. Und vielleicht könnt ihr sie damit auch noch ein Stück weit motivieren. Von dem her helft ihr nicht nur mir, sondern auch euch gegenseitig. Zweite Sache von Hollister ist dieses schwarze Kleid hier. Ist relativ simpel geschnitten, geht ziemlich weit nach oben hier beim Ausschnitt. Allerdings ist es hinten am Rücken ein wenig spezieller. Das hat nämlich so einen Cutout, den ich recht schön finde. Man kann es auch hier hinten zusammenschnüren, enger oder auch weniger eng, je nachdem. Allerdings so weit kann man es nicht machen, da das hier zusammengenäht ist. Ich finde es aber total schön und es hat einen etwas schwereren Stoff. Das heißt, es ist kein reines Sommerkleid, sondern man kann es auch im Winter mit einer dicken Strumpfhose mal tragen. Ich habe nämlich irgendwie das Problem, so typische Winterkleider zu finden oder zumindest Herbst. Der Cutout bei den Nieren ist vielleicht weniger praktisch, aber mit einem Cardigan drüber geht das schon. Denn wie gesagt, ich finde es super schwer, Kleider für den Winter zu finden. Und da ich aber ein Mensch bin, der eigentlich das ganze Jahr über gerne Kleider trägt, ist das ein bisschen problematisch. Aber ja, es lässt sich mit so Übergangsdingen eigentlich ganz gut lösen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Sache. Es ist zwar etwas, was ich nicht unbedingt draußen in der Öffentlichkeit tragen kann, aber dafür umso lieber zu Hause. Und zwar ist das dieser Kimono von Primark. Der ist super süß mit Spitzendetails an den Ärmeln in so einem Creme-Rosé-Ding. Und den habe ich ganz spontan gesehen, als ich mir eigentlich nur Dekoartikel bei Primer kaufen wollte und konnte ihn einfach nicht da liegen lassen. Ich finde den so, so süß. Und trage den in der Früh ziemlich gerne als Morgenmantel. Und auch beim Schminken, damit, wenn ich schon angezogen bin, ich nicht mein ganzes Make-up auf meinen Klamotten verteile. Den sollte es auch ziemlich sicher aktuell noch geben. Und eventuell kommt ja demnächst rein theoretisch mal eine Morgenroutine von mir. Und da werdet ihr den hier auch mit Sicherheit sehen. Und ich weiß jetzt schon, dass so viele nach ihm fragen werden. Deswegen Primark. Lauft und holt ihn euch, bevor er weg ist. So, das war es dann auch schon mit diesem Video hier. Ich würde mich natürlich sehr freuen, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Hier findet ihr zwei meiner letzten Videos. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderwunderschönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!